Hallo Kameraden der Feuerwehr Rang Quell. Nun zeige ich euch wie ihr alle Termine der Feuerwehr Rang Quell auf euer Android Handy bekommt. Dazu gehen wir in den Play Store. Beim Play Store oben rechts gibt es diese Lupe. Da klicken wir rauf und suchen nach iCall Sync 2. Drücken Enter. Nun nehmen wir das erste App zum Download. Hier klicken wir wiederum auf installieren. Dann auf akzeptieren. Nun wird das App heruntergeladen und danach gleich installiert. Nach der Installation klicken wir auf öffnen. Hier sind wir schon in der App und nun klicken wir auf Synchronisationskonten anzeigen. Nun müssen wir auf dem Handy ein neues Konto anlegen. Konto hinzufügen. Hierbei wähle ich das App iCall Sync 2. Und nun kann ich hier einen Namen für den Kalender reingeben. Ich gebe hier einmal Feuerwehr Rang Quell ein. Ok. Ich kann dem Kalender auch eine Farbe geben. Also sprich den Eintragungen im Kalender. Und dann gibt es noch jede Menge andere Einstellmöglichkeiten, die ihr selbst ausprobieren könnt. Ein wichtiger Punkt ist die URL wählen. Hier kann man eine URL Adresse eingeben. Diese Adresse lautet http//fw-rankweil.at-kalender.php. Jetzt klicken wir auf ok. Und dann gehen wir wieder eines zurück. Und nun kann hier noch das Intervall der Synchronisation ausgewählt werden. Ich habe hier eingestellt einmal täglich. Das ist meines Erachtens ausreichend. Es kann auch eingestellt werden, dass die Synchronisation nur in einem Wi-Fi Netzwerk stattfindet. Weiter unten deaktiviere ich die Terminalarme und diese Standarderinnerung. Nun klicke ich oben auf Speichern. Und jetzt ist die Installation abgeschlossen. Ihr seht ganz oben, I-Call 522 Feuerwehr-Rangquelle wird synchronisiert. Dann gehe ich einfach hier raus und gehe ganz normal in meinen Kalender rein. Ich verwende hier einen Google Kalender und jetzt sehe ich schon hier in der richtigen Farbe die Termine der Feuerwehr-Rangquelle. Falls diese Anleitung zu schnell war, sehen Sie in der Beschreibung einen genaueren Ablauf. Danke.